Wählen Sie den besten Fernsehfilm per Telefon oder Internet. Soeben sahen Sie Film Nummer 6. Wenn das Ihr Favorit ist, dann wählen Sie die TED-Nummer mit der Endziffer 6. Und sehen Sie morgen Abend Film Nummer 7. Ein Polizist und sein treuer Freund. Wer konnte ihm etwas antun? War es nur ein Unfall? Er sucht die Wahrheit. Ich finde, du solltest aufgeben. Wollen Sie aufgeben? Blumen für Polt. Unser Film Nummer 7 beim Zuschauerpreis. Morgen Abend um 20.15 Uhr. Und danach Film Nummer 8. Eine Begegnung. Eine gemeinsame Nacht. Und ein dunkles Geheimnis. Was wollte sie wirklich von ihm? Ach du Scheiße. Toter Mann. Morgen Abend um 5 vor halb 11.